So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Smokey Pete, heute wieder in unserer Schunküche bei Konzept Naturhaus. Wir machen jetzt Burger und dazu brauchen wir unser Magic Pork Dust und Barbecue-Soße LL-Style. Ich habe uns mal ein bisschen Hackfleisch besorgt, ganz normales Schweinehack. Richtig bei unserem Magic Pork Dust, wenig verwenden. ca. 600 Gramm Hackfleisch, zwei gehäufte Teelöffel. Dann schön vermischen. Na, wenn das nicht gut aussieht. Auf unserer 1A Induktionsgrillplatte schmeißen wir jetzt mal die kleinen Burger rauf. In der Zwischenzeit eine Zwiebel, ein bisschen Öl in die Pfanne, Gürkchen ganz fein, Schmackskontrolle, und jetzt kommt eine Lieblingsvariante von meinen Cheeseburgern, nämlich mit Käsebrötchen. Wenn unsere Zwiebeln schön angebraten sind, so wie hier, kommt die Magie. Barbecue-Soße LL-Style. Barbecue-Zwiebeln. Barbecue-Zwiebeln. Barbecue- Soll ich es mal durchschneiden? Guten Appetit, ganz einfach, drei Minuten gekocht, drei Minuten gekocht, Feierabend.